Die Klubs der Bundesliga und Zweiten Bundesliga haben sich auf einer DFL-Mitgliederversammlung am 11. Dezember 2023 für den Abschluss einer strategischen Vermarktungspartnerschaft auf Liga-Ebene ausgesprochen. Was sind die Überlegungen hinter einer solchen Partnerschaft? Die Klubs, die Liga-Gremien und die DFL-Geschäftsführung sind sich einig, dass eine Weiterentwicklung des DFL-Geschäftsmodells notwendig ist, um das Fundament für eine auch weiterhin dauerhaft positive Zukunft des deutschen Profifußballs zu legen. Denn die DFL ist kein klassischer Fußballverband. Sie ist ein Unternehmen und agiert durch den Vertrieb von Medienrechten zur Übertragung von Spielen der Bundesliga und Zweiten Bundesliga im Interesse der Klubs auf den globalen Medienmärkten. Auf diesen Märkten sind einschneidende Veränderungen zu verzeichnen. Daraus ergibt sich Handlungsbedarf. Vor allem ergeben sich aber auch große Chancen, die es zu nutzen gilt, damit die Bundesliga und Zweite Bundesliga auch langfristig auf Top-Level sportlich und wirtschaftlich konkurrenzfähige Ligen bleiben. Dabei soll eine strategische Vermarktungspartnerschaft unterstützen. Klar ist, für eine solche Partnerschaft gibt es eindeutige rote Linien und Eckpunkte. Zum Beispiel Klar ist daher, Liga und Clubs behalten das Heft des Handelns stets in der Hand. Zur Sicherung der Interessen der DFL und der Clubs sieht das sogenannte Lizenzmodell daher die Gründung einer Vermarktungsgesellschaft vor. Diese Gesellschaft wird künftig den Vertrieb der weltweiten Medien- und Lizenzrechte übernehmen. An den Erlösen wird ein Partner im einstelligen Prozentbereich beteiligt. Alle weiteren Einnahmen werden an den DFL e.V. und damit mittelbar an die Clubs ausgeschüttet. Keine Verschuldigung der Liga Das DFL-Geschäftsmodell soll weiterentwickelt werden, aber in einem langfristig positiven und enkelfähigen Finanzierungsmodell. Neben weiteren Vorteilen fallen bei einer strategischen Vermarktungspartnerschaft die lizenzierten Rechte nach Ablauf einer zeitlich begrenzten Minderheitsbeteiligung komplett an den DFL e.V. zurück. Das Wachstumskapital muss daher, anders als zum Beispiel bei einem Bankkredit, nicht inklusive Zinsen zurückgezahlt werden, sondern es wäre nach Ablauf der zeitlich befristeten Beteiligung des Partners an den Erlösen der Vermarktungsgesellschaft abgegolten. Mehrwerte durch einen Partner Eine strategische Vermarktungspartnerschaft wird auf zwei Säulen basieren. Zum einen auf dem Wachstumskapital, das ein Partner für zielgerichtete Investitionen von Liga und Clubs einbringt. Zum Beispiel in Strukturen und Maßnahmen auf relevanten Geschäftsfeldern. Zum anderen von hoher Bedeutung wären Mehrwerte, durch die ein Partner zum Beispiel mit Expertise sowie durch Zugang zu einem globalen Netzwerk unterstützen kann. Weitere Informationen rund um die strategische Vermarktungspartnerschaft auf Liga-Ebene finden Sie in einem ausführlichen FAQ unter go.dfl.de slash FAQ www.bedeutungspartner.com